Jetzt haben wir mehrere Parteien genannt, die Humanisten, die Linke, die Partei und die SPD. Jetzt geht's um unsere Lieblingspartei immer noch nicht. Jetzt geht's um unsere Lieblingspartei, die CDU. Die gute Alternative. Was? Ne, um die CDU geht's erstmal. Achso. Jetzt geht's erstmal um unsere Lieblingspartei, die CDU. Ach ja, stimmt. Ich hab ganz vergessen, dass wir noch beim ersten Thema waren. Sorry. Das ist unsere Zweitlieblingspartei, die AfD. Die CDU ist ja noch so viel besser. Da geht's jetzt um den Merkel-Nachfolger, der immer noch nicht bestimmt ist. Jetzt wegen Corona hat sich das natürlich erstmal alles auf Eis gelegt. Da ging's jetzt vor der Corona-Krise, war's brandheißes Thema. Aber das ist jetzt halt wegen Corona ein bisschen, ja, das brandheiße Thema auf Eis gelegt. Hast du dazu was zu sagen? Ich hab einiges dazu zu sagen, aber ich red ja immer so viel und du so wenig. Ich hab dazu ehrlich gesagt nichts zu sagen. Das ist wieder ein Thema, wo ich sagen muss, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Es wird sowieso einer von den drei, die jetzt ausstehen. Das ist praktisch für einen Podcast, wenn du nichts zu sagen hast und ich alles zu sagen habe. Ja, ich... Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020